Was passiert, wenn man auf der eigenen Hochzeit steht? Das erste Mal trafen sich Kira und David am Strand. Dabei hörte David Kira fast überrannt. Tut mir leid, rief David und sah ihr tief in die Augen. Und schon war es um ihn geschehen. Er konnte es kaum glauben. Die beiden wurden ein Paar. Und nach einem Jahr waren sie startklar. Sie nahmen am Songcontest teil. Doch David trieb in den Pausen ganz wilde Dinge. Kira würde niemals glauben, dass David ihr fremd ginge. Er machte ihren Antrag vor laufenden Kameras. Kira, die nicht so ahnte, sagte, ja, das war wirklich krass. Und dann kam der Tag der Tage. Ihre Hochzeit. Kira, die mittlerweile schwanger von ihm war, glaubte immer noch, sie wären ein Traumpaar. Stürmten alle Hochschwanger in den Saal hinein. Und David dachte sich nur, oh nein. Sie wollten ihn gerade vor allem bloßstellen. Doch David hatte plötzlich einen von seinen Anfällen. Doch es blieb nicht bei dem Anfall. Es macht einen lauten Knall. Denn von lauter Schreck fiel David einfach um und war plötzlich ganz stumm. Und wir haben das hier bekommen.